Aber auch die Polizistenwitze, vielleicht erinnern Sie sich, feierten große Triumphe. Könnte man den ganzen Abend darüber machen, Polizistenwitze, zum Beispiel Polizeiprüfung, einer ist drinnen, einer ist draußen. Der, in der Prüfung war, kommt raus, sagt der draußen, was haben die dich gefragt, was haben die dich gefragt, warte mal, das war schwer, das war schwer, warte. Die haben mich gefragt, ob jetzt haben die mich gefragt, warte mal, genau. Es steht im Regal und ist braun, was hast du denn da gesagt, habe ich gesagt, Zusatzfrage gestattet, haben die gesagt, ja, sind da Schnürsenkel dran, ja, dann kann es sich nur um Schuhe handeln, das merke ich mir, das merke ich mir, der rein, die Kommission fragt, es hängt an der Wand und macht Tick-Tack, Zusatzfrage gestattet, ja, sind da Schnürsenkel dran, nein, dann kann es sich nur um Sandalen handeln.